Hi, hier ist Lisa. Bitte hinterlasst eine Nachricht. Tschüss. Nein, die ist schon weg. Was ist los? Ist Lisa bei dir? Nein. Sie antwortet nicht. Polizei, Nordruf. Meine Tochter ist verschwunden. Können Sie mir sagen, was Ihre Tochter als letztes anhatte? Oh, mein Gott, ich... ein Beeschenpullover... Was war denn das Letzte, was sie zu ihm gesagt hat? Ganz normal. Sie hat mir geschrieben bis später. Hören Sie, ich weiß, dass sie besorgt hat... Eigentlich antwortet sie immer sofort. Wahrscheinlich ist sie nicht weit weg. Menschen verschwinden nicht so einfach. Wir stehen live vor dem Haus, in dem Lisa Beckers Vater weiterhin auf ein Lebenszeichen seiner Tochter wartet. Immer mehr Leute schließen sich der Suche nach ihr an. Die lokale Partei... Lisa! 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 Wo warst du? Wie, wo war ich? Warum hast du nicht geantwortet? Papa, ich bin gefahren. Ich bin gefahren. Lisa! 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 Lisa!